Wir haben hier eine Grammatik gegeben und sollen den kompletten Top-Down-Pass-Vorgang zum Eingabewort W ist gleich AB angeben. Ja, und erstmal grundsätzlich ist, wir fangen mit dem Startsymbol an und sollen zu dem Eingabewort kommen. Das ist der Top-Down-Pass-Vorgang. Also wie würde man das grundsätzlich machen? Also einmal ganz logisch, man würde sich angucken, welche Regeln es gibt und würde dann versuchen, irgendwie durch Anwendung dieser Regeln von dem Startsymbol zu dem Eingabewort zu kommen. Das ist genau das, was der Top-Down-Pass macht. So, wir sollen den kompletten Trace angeben. Das heißt, wir haben ein, ja, wir haben erstmal die Resteingabe. So, ja, am Anfang fangen wir mit Zeile 1 an. Die Resteingabe ist hier das Wort AB. Dann haben wir einen Stack, mit dem wir arbeiten. Und am Anfang befindet sich darauf das Startsymbol aus der Grammatik, also in diesem Fall S. Und wir wenden auf jede Zeile, wir haben jede Zeile durch eine Regel gewonnen und für die erste Zeile ist es die Regel Initialisierung. So, ich kürze das mal ab, damit ich hier nicht so viel schreiben muss. So, wir haben dann zwei mögliche Regeln, die wir anwenden können. Die eine Regel ist, wenden wir an, wenn wir hier an erster Stelle ein Nicht-Terminales haben, in diesem Fall S. Und die Regel, die heißt Predict. Also wir würden jetzt Predict, also wir würden Zeile 2 gewinnen, indem wir Predict auf Zeile 1 anwenden. Wenn wir die Predict-Regel anwenden, dann bleibt die Resteingabe gleich. Und Predict heißt, dass wir raten, was aus diesem S entsteht. Also wir sollen hier ja sowieso alle Operationen angeben, egal ob sie erfolgreich sind oder nicht. Wir haben hier jetzt auf der linken Regelseite zum Beispiel AB. Also rate ich jetzt, dass aus diesem S ein AB entstehen könnte. So, und da wir in diesem Fall alle möglichen Operationen angeben sollen, also auch die falschen, muss ich auch raten, dass das andere rauskommen könnte. Das wäre wieder ein Predict auf Zeile 1. Und hier würde ich jetzt auf die zweite Regelseite raten, also dass S zu diesem BA expandiert ist, um das Eingabewort zu erhalten. So, und ein kleiner Hinweis, also ein kleiner Tipp. Es ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge man diese Zeilen alle abarbeitet, aber ich würde dann einfach irgendwie hinter einer Regel, die ich jetzt bearbeitet habe, also hinter der Zeilen einen Haken machen. Also ich habe jetzt nur zwei Möglichkeiten gehabt, ein Predict hier auf Zeile 1 anzuwenden. Einen Scan kann ich nicht machen, also ist hier ein Haken hinter und weiß, dass ich mir die Zeile 1 nicht mehr angucken brauche. So, jetzt mache ich mit Zeile 2 weiter. Wir haben hier wieder ein Nicht-Terminales am Anfang. Das heißt, ich muss wieder eine Predict-Regel anwenden. Und wir haben hier wieder zwei Möglichkeiten, zu raten, was aus dem großen A werden könnte. Das heißt, ich brauche hier für Zeile 2 zwei neue Predict-Zeilen. Oder zwei Zeilen, die aus dem Predict entstehen. So, ich schreibe das schon mal hin. Hier mal ein bisschen kürzer, damit ich nicht stundenlang schreibe. So, Predict aus Zeile 2. Hier als erstes würde ich raten, dass aus diesem A ein AS wurde. Das heißt, ich schreibe das jetzt so hin und das, was dahinter ist, das bleibt dann einfach. In diesem Fall das B. So, oder ich kann raten, dass aus dem A einfach hier ein kleines A wird. Und das B würde dann auch so bleiben. Ja, und das wäre dann die zweite Zeile, die ich durch raten, erhalten kann. Und damit habe ich hier jetzt Zeile 2 betrachtet. Dasselbe jetzt für Zeile 3. Ich habe hier am Anfang ein B. Ein Nicht-Terminales B. Und das kann zu folgenden 2, ähm, ja, das kann zu diesem expandieren. Ich weiß hier wieder nicht, zu was das werden kann. Und deswegen werde ich wieder raten. So, Resteingabe bleibt gleich. Wir wollen den Predict auf Zeile 3 an. So, und das B hier, das kann entweder zu einem BS werden. Das A bleibt dann einfach da. Oder es kann einfach zu einem kleinen B werden. Und das A bleibt trotzdem da. So, äh, ja, das soll in eine Zeile gehören. Habe ich hier ein bisschen schief geschrieben. So, jetzt haben wir diese Zeile betrachtet. Jetzt zu Zeile 4. Wir haben jetzt kein Nicht-Terminales mehr am Anfang. Aber wir haben hier ein, zwei Terminale. In diesem Fall das A. Und das ist auf beiden Seiten gleich. Das heißt, wir können auf Zeile 4 jetzt einen Scan anwenden. Das heißt also, wir löschen jetzt dieses A raus. Das ist ja jetzt durch den Pass-Vorgang erfolgreich generiert worden. Also das wollten wir ja auch haben. Also es ist erfolgreich generiert worden. Und wir müssen dann nur noch den Rest betrachten vom Stack. Und davon versuchen dann die Rest-Eingabe zu generieren. Das heißt also, ich habe jetzt eine neue Zeile 8. Dann fällt das A weg. Da bleibt das B übrig. Hier bleiben S und B übrig. Das A wird weggelöscht. Und die Zeile ist jetzt durch einen Scan auf Zeile 4 entstanden. Damit ist Zeile 4 fertig. Jetzt in Zeile 5 haben wir das gleiche. Wir haben hier wieder zwei Terminale As. Das heißt, wir wenden jetzt auf Zeile 5 auch wieder einen Scan an. So, hier bleibt dann wieder das B übrig. Hier bleibt das große B übrig. Und ich kürze es mal wieder ab. Wir haben die Zeile durch einen Scan auf Zeile 5 erhalten. So, abgehakt. Jetzt in Zeile 6. Wir haben hier ein terminales A und wir haben hier ein terminales B. Das heißt also, in diesem Pass-Vorgang haben wir etwas generiert, was auf keinen Fall zum Eingabewort gehören kann. Und damit ist das hier ein nicht erfolgreicher Schritt gewesen. Und wir können mit der Zeile gar nichts weiter machen, weil wir können das hier nicht zusammen weglöschen mit der Scan-Regel. Wir können hier nichts weiter mit machen. So, hier war dann der Pass-Vorgang nicht erfolgreich. Das selbe dann in Zeile 7. Wir haben hier wieder auch ein A und ein B. Wir können damit nichts weiter anfangen, außer halt erkennen, dass der Pass-Vorgang an dieser Stelle oder dieser Schritt hier nicht erfolgreich verlaufen ist. So, jetzt hier in Zeile 8. Wir haben hier ein nicht terminales S am Anfang. Das heißt, wir müssen hier wieder diese zwei Predikts anwenden. So, ich schreibe die mal wieder zusammen hin. Wir bekommen eine neue Zeile 10 und 11. Die Rest-Eingabe aus Zeile 8, die bleibt erhalten. Wir machen ein Predict, beziehungsweise zwei Predikts auf Zeile 8. So, und hier kann das S hier ja wieder zu einem A und B werden. Oder zu einem B, A. Und der Rest, der hier in Zeile 8 hinter dem S steht, der bleibt dann einfach dort. So, damit haben wir Zeile 8 erledigt. Jetzt zu Zeile 9. Wir haben hier wieder ein nicht terminales B. Das heißt, wir brauchen wieder zwei neue Predict-Zeilen, die da aus dem B entstehen. So, die Rest-Eingabe bleibt dort. Wir machen einen... Moment, das sollte ich mal ein bisschen mehr in die Zeilen schreiben. Wir machen zwei Predikts an Zeile 9. So, und entweder kann aus diesem B wieder oben... Ah, nee, Quatsch. Entweder ein BS entstehen... ...oder nur ein B. So, damit haben wir Zeile 9 jetzt erledigt. Und jetzt muss ich weiter runterscrollen, sodass man die Grammatik nicht wieder sieht. Aber an der vorigen Schritte kann ich ja noch erkennen, welche Regeln ich anwenden muss. So, jetzt zu Zeile 10. Wir haben wieder ein A am Anfang. Am Anfang, das heißt, wir wenden hier wieder... Es entstehen wieder zwei neue Predict-Zeilen aus Zeile 10. So, Predict aus Zeile 10. So, und das A, das konnte entweder zu einem AS oder zu einem kleinen A werden. Und der Rest, der hinter dem A steht, der bleibt dann einfach, wie er ist. Also in diesem Fall die beiden Bs. Und dann haben wir auch Zeile 10 erledigt. Bei Zeile 11 das Gleiche. Wir haben wieder ein nicht-terminales B am Anfang. Also entstehen wieder zwei neue Predict-Zeilen. So, die Resteingabe, die bleibt einfach wieder wie gehabt. Und das B, das kann entweder zu einem... ...BS werden. ...oder zu einem kleinen B. Und das, was dahinter in Zeile 11 steht, das bleibt dann so. Also in diesem Fall. A, B. So, und wir haben sie aus einem... ...Predict auf Zeile 11 erhalten. So, damit haben wir auch Zeile 11 bearbeitet. So, jetzt ist Zeile 12 dran. Wir haben hier wieder zwei Terminale am Anfang, die gleich sind. Das heißt, wir können einen weiteren Scanschritt ausführen. So, wenn wir das B scannen, dann bleibt nichts übrig. Das symbolisieren wir durch Epsilon. Und hier bleibt das S übrig. Und wir haben einen Scan auf Zeile 12 durchgeführt. So, ich habe jetzt die ganze Resteingabe hier verarbeitet, aber ich habe noch nicht Terminale übrig. Ich muss die weiter prüfen, weil es ja sein kann, dass ich aus einem nicht-terminalen auch wieder ein Epsilon generiere. Also, in manchen Grammatiken gibt es ja diese Regeln. So, und da ich ja alle Paars-Schritte angeben muss, gebe ich auch die nicht-erfolgreichen an und muss das hier auch weiter verfolgen. So, und Zeile 13. Wir haben hier wieder zwei gleiche Terminale. Das heißt also, da entsteht auf beiden Seiten Epsilon. Und das ist aus einem Scan auf Zeile 13 entstanden. Ja, und dies ist jetzt ein erfolgreicher Pars-Vorgang, weil wir hier die komplette Resteingabe abgearbeitet haben. Und wir haben auch keine nicht-terminalen übrig, aus denen wir irgendwas generieren müssen. Dies ist dann ein erfolgreicher Parsing-Schritt. Und, ja, ich mache eigentlich trotzdem weiter, oder der Parser, der macht dann auch trotzdem weiter, weil es auch sein kann, dass es noch einen zweiten erfolgreichen Pars-Vorgang gibt. Das ist jetzt auf jeden Fall ein erfolgreicher Pars-Vorgang. Und der sagt dann auch, dass das Wort, das Eingabewort aus dieser Grammatik generiert werden kann. So, als nächstes Zeile 14. Wir haben hier ein nicht-terminales B und wir haben hier ein A. Das heißt, wir können nichts machen und dies ist eine nicht-erfolgreiche Ableitung gewesen. Hier wieder das gleiche. Wir haben ein B und ein A. Auch nicht erfolgreich. Hier in Zeile 16 haben wir wieder das gleiche Terminal. Das heißt, daraus bilden wir eine neue Scan-Zeile. Da bleibt dann das auf der rechten Seite übrig. Und wir haben es aus einem Scan auf Zeile 16 erhalten. So, haben wir die erledigt. In Zeile 17 genauso. Wir haben hier zwei gleiche Terminale. Und hier bleibt A und B übrig. So, jetzt Zeile 18. Wir müssen gucken, ob wir aus dem S vielleicht noch ein Epsilon generieren können. Das heißt, wir erhalten da wieder zwei neue Predict-Zeilen. Achso, hier müsste ich dann auch noch hinschreiben, dass wir den Scan auf Zeile 17 gemacht haben. So, wie gesagt, wir brauchen jetzt zwei neue Predict-Zeilen, die aus Zeile 18 entstehen. Wir haben ein S, das kann entweder zu A, B oder zu B, A werden. Und dahinter ist ja nichts weiter, also muss ich da ja nichts weiter hinterschreiben. Und wir haben ein Predict auf Zeile 18 durchgeführt. So, haben wir Zeile 18 erledigt. Zeile 20 ist als nächstes dran. Wir haben hier wieder zwei, ähm, nee, ein nicht-terminales auf dem Stack ganz vorne. Das heißt, wir erhalten hier nur zwei neue Predict-Zeilen. Und hier auch wieder aus dem S kann entweder A, B oder B, A entstehen. So, und das, was wir hier hinter haben, das übernehmen wir einfach. Und die Zeilen sind aus einem Predict auf Zeile 20 entstanden. So, haben wir Zeile 20 erledigt. Jetzt muss ich wieder ein bisschen scrollen. So, wir haben in Zeile 21 schon wieder nicht-Terminale ganz vorne. Das heißt, es entstehen da wieder zwei neue Predict-Zeilen draus. So, und aus dem A konnte entweder ein AS entstehen oder ein A. Und das B, was wir dahinter haben, das wird einfach übernommen. So, und wir haben ein Predict auf Zeile 21 durchgeführt. So, haben wir Zeile 21 erledigt. Zeile 22, da haben wir nochmal das Gleiche. Ich muss es der Vollständigkeit halber hinschreiben. Also, wir erhalten Zeile 28 und 29. Die dann aus einem Predict aus Zeile 22 entstehen. So, und die sehen dann genauso aus wie die Zeilen davor. So, haben wir Zeile 22 erledigt. Zeile 23. Huch, da habe ich keinen Platz mehr unten. So, auf jeden Fall Zeile 23. Und aus dem B entsteht dann entweder ein. Was hatten wir gesagt, ein BS oder ein kleines B. Und das A dort bleibt einfach erhalten. So, haben wir die Zeile erledigt. Jetzt brauche ich irgendwie noch ein bisschen Platz nach unten. Einen Moment. Ach so, hier bin ich. Okay, alles gut. So, Zeile 23 haben wir erledigt. Jetzt schauen wir uns Zeile 24 an. Da muss ich wieder zwei Predicts durchführen. Und dann hier auf Zeile 25 auch. Also schreibe ich gleich mal vier neue Zeilen hinzu. So, und davon sind zwei aus der 24 entstanden. Und zwei aus der 25. So, in der 24 haben wir ein A am Anfang. Das wird entweder zu einem AS oder zu einem kleinen A. Der Teil dahinter bleibt erhalten. Der Teil dahinter bleibt erhalten. BAB. Oder, ja. Genau das Gleiche. Damit haben wir Zeile 24 betrachtet. Dann Zeile 25. Das B, das kann entweder zu BS expandieren. Oder es kann zu einem Terminal B expandieren. Und der Rest dahinter bleibt erhalten. Ah, nee, Quatsch. Da kommt das Gleiche hin. So, damit haben wir Zeile 25 auch abgehakt. So, und der Rest, der ist dann doch wieder ganz einfach. Wir haben hier am Anfang die Terminalen. Wir müssten also einen Scanschritt durchführen. Aber wir haben auf der linken Seite nicht das gleiche Terminal. Das heißt, all diese Ableitungsschritte, die wir jetzt im Folgen generiert haben, die können nicht ausdehnen können. Das Eingabewort kann nicht entstanden sein, weil die halt ein Terminales generiert haben, was nicht im Eingabewort drin ist. Das heißt, diese anderen Zeilen, die sind dann alle ungültige Ableitungsschritte. So, ich könnte mir jetzt die richtigen Schritte raussuchen und einen Baum dazu zeichnen. Schauen wir mal, wir sind hier, hatten wir gesagt, das war unser erfolgreicher Parsing-Schritt. Zeile 19. Wir sind von Zeile 13 gekommen. Zeile 13 ist aus Zeile 9 entstanden. Das müsste diese hier sein. Zeile 9 ist aus Zeile 5 entstanden. Das ist dann diese hier. Zeile 5 ist aus Zeile 2 entstanden. Und Zeile 2 natürlich aus Zeile 1. So, ich kann jetzt also den Baum zumalen. Ich habe hier das Startsymbol. Aus dem Startsymbol habe ich hier in dem erfolgreichen Ableitungsschritt A und B generiert. Dann habe ich hier aus dem A ein Terminales A generiert. Das habe ich dann eingescannt. Dann habe ich aus dem B ein kleines B generiert. Ja, und das kleine B habe ich dann gescannt. Und dieser Baum hier, der hat jetzt also genau dieses Eingabewort generiert, was wir auch ursprünglich haben wollten. So, das war dann also der Top-Down-Pars-Vorgang an einem Beispiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.